Burnouts durch Chatten und Social Media Wenn du einen hohen Internetkonsum hast, versuche ihn zu reduzieren. Zu viel Chatten und Social Media kann zu einem starken Konzentrations- und Leistungseinbruch führen. Vielleicht willst du dir einen festen Zeitpunkt dafür setzen. Zum Beispiel um 15 Uhr und um 20 Uhr jeweils 5 bis 10 Minuten. Übrigens habe ich auf meinem Browser das Programm I don't care about Cookies installiert, damit nicht mehr auf jeder Webseite diese Cookie-Zustimmungsfenster aufpoppen. Das macht das Surfen viel entspannter. Auf manchen Webseiten sollte das Programm aber deaktiviert sein, weil sie sonst nicht richtig funktionieren könnten.